Musik Wie sehr Picknicken wieder im Trend liegt, hat sich vergangenen Samstag am Schafberg und in der Salzburger Altstadt gezeigt. Viele haben es so gemacht wie Elena und Tobias aus Schäffau in Tenningau. Sie haben sich einfach bei einem der 13 teilnehmenden Betriebe ihre Picknickbox abgeholt und sind mit dem Mönchsbergaufzug zu einem der schönsten Picknickplätze der Stadt gefahren. Am Mönchsberg oben angelangt, gilt es den perfekten Spot zu finden. Bei der Auswahl gar nicht so einfach. Die beiden schlendern noch am Wassermuseum Wasserspiegel vorbei und finden dann ihr perfektes sonniges Picknickplatz. Wir haben uns dann das Picknick direkt bei der Humboldt-Sturm abgeholt, sind dann gleich auf den Mönchsberg aufgefahren und genießen das Picknick jetzt halt. Wunderschön im Grünen über der Stadt Salzburg mit einem wunderschönen Ausblick, ein wunderschönes Picknick. Nachdem das gemütliche Beisammensein am Berg so vielen Salzburgerinnen und Salzburgern Freude bereitet hat, laufen schon jetzt die Vorbereitungen für den nächsten Picknick-Tag im kommenden Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017